Äh, ich weiß nicht mal, wo ich den abgeben muss. Ja, ja, ja. Ja, ich brauch etwas. Brauch einen Ansprechpartner. Für den Brüffchen abzuheben. Ja, ja. Wo ist denn... Jetzt ernsthaft? Nehmen wir den Oxenheim um 11 und sorgen dafür, dass Margarets Brief seinen Empfänger erreicht. Wir bringen Lennart den Brief. Das war doch Lennart. Okay, wahrscheinlich will der nur... Okay, pass auf. Dann gehen wir mit dem Boy seinen Bruder mal kurz retten und dann gehen wir zu Lennart zurück. So. Wo ist denn der Boy? Komm doch mal mit. Ach, je. So. Äh, dann wechseln wir die Aufträge. Da auf das da. Und dann soll er mir mal den Weg zeigen. Let's go. Hey, scheinbar dir nie was richtig zu laufen, ne? Bei deinem Bruder anscheinend auch nicht, ne? Schwierig, sowas. Nee, kann ich schaden. Gehen wir mal hier zurück. Ja, wir bekommen hier in der Wildnis auf jeden Fall schon, äh, gut FPS, ne? Ja. Dann haben wir ja früher einen Meister nur Frauen eingestellt, okay? Okay. Ja. Schlagen jetzt hier aber kein Camp auf. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Run, boy, run. Und jetzt? Was war das? Okay. Ja, sehr schön verbrennt. Okay. Gehen wir die Jörner mit. So. Auf. Auf. Hop, hop, hop. Äh, achso. Aufrütteln. Ah, ich kann nicht mehr healen. Ja, okay. Natürlich ein bisschen mies. Äh, ja, wir dürften eigentlich alle Heiltränke oder so haben, ne? Will ich jetzt nix sagen, aber... Äh, ich hätte genug Heiltränke. Ich hätte vielleicht noch welche mitnehmen müssen. Das könnte wirklich problematisch werden. Hä? Wenn wir jetzt gar keinen mehr haben, der heilen kann. Das könnte ich echt noch. Ja. Aha. Jojo. Können wir gucken. Ähm. Ähm. Okay. Nice. Schön. Breiter. Spell. Nice. So. Okay. Nice. Ja. Noch mal jemanden gerettet. Nice. Ja, dann einmal zurück. Ja, geht ihr mal vor und sammelt auch Zeug ein. Bitte. Oh, warte. Einmal mitnehmen. Zack. Jawohl. Oh, 60 R. Ich glaube, es war... Ja, es war Dana. Wir können einfach die ganze Zeit aufrütteln, Carsten. Ja, aber wieder voll machen. Du, 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 du. Ja, packt das da mal weg. Nein, mein... Auf, auf. Sehr schön. Sind die Brüder hinter uns? Ja. Äh, so. Dann können wir noch beim Aufbauen helfen. Äh, 14. Nichts festgelegt. Der hat schon zwei Bonus-Dinger bekommen. Ah, nice. Er war Details erweckter. Hier halt ist der Erweckte bei ihm. Die sieht aber auch nicht... Das... Die sieht echt cool aus. Ähm... Will ich dabei haben. Ja. Ja, 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 ja. Äh, Luna ist level 11. Ja, wir... Wir... Wir durm mal Bo austauschen. Wir haben... Bo haben wir ja auch erfüllt. Let's go. Äh... Was wollen wir verschenken? Wir verschenken mal nochmal so einen Apfel. Jawohl. Neu. Yep. Let's go. Jetzt haben wir auch wieder eine Bogenschützin dabei. Dabei. Ja, wieder zu wenig Ausdauer. I know. Nice. Hm? Ja, ja. Ja, ja. Ja, dann macht er auch ein bisschen was. Okay. Okay. Zwei gute Taten auf einmal. Nice. Gut, dann... Und das dann nochmal rein? Das ist zeitbedingt, ne? Okay. Dann helfen wir jetzt mal ihm. Hier. Liefern. Ja, ja. Hm? So, dann lass uns mal noch hier helfen. Hm? Hm? Ja. 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 Mhm. Okay. Dann nehmen wir ein paar Fässer und werfen die ab. So, wo habt ihr die platziert? Ah, da. Zack. Oh. Ah, ich glaube, man kann nicht schwimmen, oder? Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig damit... Also, da ist so ein Lizard-Ding... Okay. Ich glaube, nee, ich glaube, man kann nicht schwimmen. Tja, ja. Okay. Ähm, okay. Ist das der hier? Ja. Ich gehe mal schwer davon aus. Der hat jetzt auch noch in deren Nest reinwerfen, okay. Dann, äh, werfen wir das auch noch da rein. Äh, hopp. Okay. Gut. Oh. Wait. Was ist der jetzt hier? Wo ist denn der Boy? Okay. Nee. Ich wollte gerade sagen. Der ist ja immer noch hier. Hallo. Ja, ein bisschen baff sind wir ja. Ne, so ein klein wenig baff sind wir ja. Okay. Wie? Die Treffer meint ist nur ein Stein... Ja, genau. natürlich ist sie nur ein steinwurf von ihr entfernt bin ich jetzt auch gesagt die ist nicht ein steinwurf von ihren fans da unten wir müssen auch wieder zurück müssen nach dem anderen sagen dass wir die wir richten wir müssen auch dem sagen dass wir die dafür das abgegeben haben deswegen wir fahren jetzt mit dem boxen kann wieder zurück let's go boxen kann er kommt jetzt zu mir komm schon termi hallo wenn ich ihm sagen dass ich wieder zurückfahren will ist das der hier wenn die meisten kaufen fahren vor allem morgens los aber heute zu spät oder früher und rückst kannst du die zeit bis zur nächsten okay wo ist die auch sind station hier ja dann warten wir mal auf den ochsen kann das jetzt aber das jetzt aber auch hier noch mal einmal weg mal kurz warten bis er alles fertig gemacht hat und dann einmal mit dem ochsen kärchen jawohl wir nicken dann ein es geht los wir sind schon am schlafen holy moly ja 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 erstmal den hier ach so ich muss los lassen ja das war das war vielleicht das war vielleicht nicht so geil ach man dann also da ist ja mal schneller ja so war das da So, einmal eine Donner-Mine, Carsten. Ja, nice. Dann, du, einmal... Einmal das da, Carsten. Ich glaube, das war schneller, Carsten, ne? Oh mein Gott, ich bin, ich bin auch... Manchmal bin ich selten dämlich, muss ich halt wirklich sagen, ne? Das da ist schneller, Carsten. Der Sandro war ja gar nicht schneller, Carsten, die ganze Zeit. Ja, ja, wir müssen einmal aufrütteln. So, jetzt geht das auch deutlich schneller und noch deutlich besser mit dem, mit dem, mit dem Fight. Ja, gar kein Problem hier. Nice. Unförmiges Auto. Ja. Na ja, ich würde gerne wieder aufsteigen, danke. So, nick mal wieder ein. Mann. Kurz gefeiert, einmal rauf, wieder einnicken. So geht das. Perfekt, sehr schön. Da sind wir wieder. Und da gehen auch schon wieder unsere FPS... Ja. Ja. Brief übergeben. Ja. Dankeschön. Das waren gerade 5.000 Gold. Holy... Ah, wir müssen einmal ins Gasthaus. Äh, verzierte Dose. Äh... Da müssen wir den Boy mal suchen, ne? Das ist halt die Frage, wo wir ihn finden. Ach, guck mal. Natürlich. Ja, ja. Dann mal hinsetzen. Hm? Hm? Okay, ich verstehe, wer das da ist. Hm, 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 hm. Da, Boy. Der unseren Platz eingenommen hat. Hm, hm. Hm, hm. Okay. 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 Jaspis, Jaspis, was ist das? Der Edelstein? Okay. Stehen wir auf. Sehr cool, kann man sich... Naja, von alleine können wir uns da nicht hinsetzen, ne? So, einmal nochmal hier rein. Zack. Hallo, rede mit dir. Danke. Einmal Lager verwalten. Nice. Ich glaube, den Schlüssel, der wir brauchen, war. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir den noch brauchen. Aber ich lass es mal. So, der hat immer so ein Ding dabei, das ist gut. Der hier, der hier kann man das schon machen. Okay. Kombinieren. Was können wir denn noch kombinieren? Fleisch miteinander kombinieren, dann wird's zu Dörrfleisch. Das können wir noch kombinieren. Alles okay. Was könnten wir denn entnehmen? Wir könnten ein paar Heiltrinkel rausnehmen, ne? Wir haben 19 Stück. Mal zwei. Mal zwei. 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 habe ich jetzt aber auch dabei, oder? Nee. Dann... Einmal... Den Stein will ich noch mitnehmen. Lazarus Stein. Jawohl. Alles andere lassen wir mal da. Ah ja. So, dann gehen wir jetzt mal... Was für Aufträge haben wir jetzt noch? Das haben wir doch jetzt abgeschlossen. Aber ist okay. Mh... 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 Eben einen Besuch abstatten. Aber wahrscheinlich müssten wir das abends machen. Machen wir vielleicht erst die Monsterjagd mal wieder. Ja, ein Steinwurf. Ist halt nicht so. Ist kein Steinwurf. Meine Liebe. Es ist kein Steinwurf. Da ist ein Greif. Da ist ein Greif. Müssen wir den Greif jetzt besiegen? Oha. Wir können wirklich versuchen, den Greifen zu besiegen, ne? Ich bin gespannt. Äh... Lass mal gucken. Äh... Gute 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 Gute. Au. Das war ein One-Shot Das war ein Cleaner One-Shot Kann man machen So, jetzt bin ich gespannt, wann gespeichert war Aber wahrscheinlich nachdem wir hier Ah, guck mal Oh, schade Der Greif ist weg Kann man die Hallo Haben wir nochmal da? Ein Mage Nee, danke So, kann ich Kann ich die Ochsen I'm sorry Das ist nur Bäschen, Rüppchen Ah, schade Schade Müssen noch ein paar Kaninchen machen Äh Kaninchen Wir brauchen noch ein paar Kaninchen Das ist nicht die Karte Das ist die Karte Immer wieder mit der Karte, ne? So, ich glaube, wir kommen hier aber vorbei Ich hoffe es zumindest Ähm, wie gut Okay, die sind eigentlich alle Die sind eigentlich alle gut dabei Ich glaube mal Wir können hier irgendwie hochlaufen Maybe Ähm Nope Hier vielleicht auf der Seite Können wir hier so hochlaufen Oder können wir einfach hier unten lang Das wäre, glaube ich, auch geil Nope Sieht denn nicht so aus Ich glaube, da kann ich auch nicht hinschweben Dann haben wir ja hier echt keine andere Wahl Ah, nee, vielleicht können wir hier so Äh Ich hab Nee Hm Hm Ah Ja, doch, hier Ja, ja Wir kommen hier auf jeden Fall hoch Wir sind jetzt schließlich, äh Magier Was ist das da für ein Nest? Okay, Gold Ernst einfach Nice So, jetzt ist die Frage Ob meine Vasallen auch nachkommen Irgendwie Oder ob die jetzt verzweifeln Mir hinterher zu kommen Ich sehe hier aber auch kein Da ist ein Da ist noch ein Lager Müssen wir irgendwie hier so runter Äh Mal kurz die Laterne an Ich glaube, hier können wir irgendwie runter Sollte kein Problem sein Und wäre ein Abenteuer ohne Kletterspaß Ja, komm mal Ja, gar kein Problem hier Nice Ow Oh mein Gott Äh, 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 ähm Äh, 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 ähm Kann ich was trinken? Okay Perfekt Uh Hallo Äh Äh Warum? Warum? Why? Was ist jetzt los? Man kriegt so viel Damage Weg mit dir Oh mein Gott Ne, wir besuchen einen Hast mir jetzt egal Ja, ja Lass mich mal zurückkommen Hier Ja, beleben wir mal wieder Ja Die fallen Und Die werden hier Wiederbelebt Ach Da ist die Da ist die richtige dafür Weg mit dir Ja Ei, 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 ei Huh Äh, wir schlagen mal ein Lager auf Wir schlagen mal ein Lager auf Nein Lager nicht abbauen Achso Ich muss hier bleiben Okay Äh Dann Kochen wir mal was Let's go Bestchen Rippchen Das ist echt fies, ne Also das ist schon wirklich fies So was da zu zeigen So was da zu zeigen, ne Äh Ja gut Fertigkeiten Sind wir eigentlich soweit Ganz gucci Ja Bis zum Morgen Let's go Zum Morgen Grauen So Feindräubchen Etc Gott, was ist denn hier alles Oli Ei, 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 ei So Was ist hier drin Ei, 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 ei Ähm Konnte ich denen nicht sagen Äh Äh Konik Tutorial Vasallen Los Mit den nageligen Schatztronen Mechanismen sammestellen Oder ähnlichen Äh Zu reagieren Okay Ja Ja Okay Also los war das Ding Ja 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 Wir müssen hier noch ein bisschen Zeug einsammeln Also wenn wir schon hier da sind Ne Ja Lazarus Splitter Jawoll Müssen jetzt einfach Viele Heiltränke und sowas machen Geh mal gucken Ob da noch irgendwo was ist Einmal bitte alles einsammeln Jawoll Oh, ein Suchermittel, jo Das erste Hier ist nichts Wir müssen halt in alles einmal reingucken Ruhe Federleichte Pelter Okay Ja Lola Womit sie mich hinführen Los Und wir werden nach einem Vorschlag Eines Vasallen Um diesen aufzufordern Den Vorschlag umzusetzen Er kann dir anbieten Dich zu einem Ort zu führen Oder dir bei deiner Aufgabe helfen Vasallen von Natur aus Hilfsbereite Wesen Er wird in Abenteil zweifellos gut bekommen Okay Okay Ah, Truhe Wo genau geht's denn jetzt eigentlich hin Dahin müssen wir Okay Einfach dem Weg hier so ein bisschen folgen Ach, hey Wen haben wir denn hier? Ah, ja Level up Nice Find ich immer gut, dass wir dann immer noch hier so abklatschen und so, ne? Wir sind ja nicht abgehoben Sind kein abgehobener Meister Sind kein abgehobener Meister Was wählten die Lola die ganze Zeit? Was wählten die Lola die ganze Zeit? Dass ihr die einsammeln wollt Das wäre ganz hilfreich Nicht mir sagen Hey, guck mal Meister Da ist was Weg mit der Nice Was ist da unten? Bleibt auf jeden Fall nichts anderes übrig, als da mal runter zu gehen Safe Das ist ein Muss Das ist ein Muss Einmal Attention Weg mit dem Nice Ah, das lebt noch Ähm, okay. Da geht's wieder raus. Geht hier mal gucken. Schön, schön, schön. Ach, da ist ein Giftbehälter. Ja, nice. Kann man das da mitnehmen? Sucht mal ein bisschen was. Aha. Oh Gott. Äh, das war eine Falle. Bam, sehr schön. Ähm. Ähm. Zack. Ist da noch einer? Wo ist da noch einer? Alle weg, alle weg, alle weg. Hui. Damit hier mal noch Zeug ein... Geht's. Nice. Äh, jetzt ist die Frage, die Luna... Oh, die Leute, die hat halt wirklich keine... Jörg hat auch nichts mehr. Holy, holy, holy. Äh, nee, warte mal. Nee, 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 nee. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erstmal gehen wir hier unten runter. Na, erst mal gucken, was hier unten noch ist. Gibt's jetzt etwas zu entdecken? Wo denn? Okay. Ja, dann, dann kommt... Dann gehen wir halt der Lola hinterher. Ab dafür, Lola. Ab dafür. Ist hier nix mehr, ne? Unten ist auch nix. Ich weiß nicht, dass ich's gesehen hätte. Dann, einmal nach oben. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Jawoll. Hier ist es. Bitte. Sind die? Sind die da oben, oder was? Ah, ja. Ja. Okay, das war... Sind die? Ach, der ist jetzt da runtergefallen. Oh, warte mal. Äh, kommt mal da hoch. Ja, da kann man nämlich noch was sammeln. Ein paar Knochen mitnehmen. Hundertfünfzig, Gott. Weiß. So, hier soll jetzt irgendwo... Was soll hier jetzt sein? Goblins. Ja, ja. Ja, ja. Oh, wieso ist das so? Ich muss mich nicht beschützen. Das ist ein Mann. Oh, Fracht beschützen, okay. Sind die Goblins. Weg mit denen. Einmal bitte auch alles einsammeln. Boah. 3.000 Gold. Okay. Keine einzige Schramme am Wagen. What? Wo ist der Wagen? Und hier. Jetzt bin ich schon wieder schwer. Äh, wir geben das... Sohla. Ich trage wieder zu viel mit mir rum. Äh, wir können das tragen. Will ich mal Jörg geben? Jörg, was ist mit dir? Ist das besser? Das ist sogar besser als deins, ne? Nice. Jetzt haben wir das erfüllt. Jetzt müssen wir ganz auf die andere Seite. Ach, hey. Okay. Jaja. Wann bist du hier? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo Lola hinrennt. Hey, Lola, wo rennst du denn her? Hä? Wo will denn Lola hinrennen? Leg dir einen Fight rein, okay. Auch in Ordnung. Okay. Irgendwer da hinten ist doch dafür verantwortlich. Irgendwer hat mich von hinten abgeballert. Nett. Nice. Wir haben ja mal die ganzen Dings hier weg. Die Laken, sei vorsichtig am Rande des Wassers. Die Laken lauern in den tiefen Gewässern, flüchten den Seen und dem Meer und verschlingen augenblicklich alles um jeden, der in ihre Mitte wandert. Falls dieses Schicksal den Erweckten erhält, wird er sofort wiederbelebt. Doch er ist die Ausnahme. Was einen sind verloren und andere Lebewesen finden einen sofortigen nassen Tod. Oh shit. Jörg? Jörg, komm wieder hierher. Jörg, komm hierher. Oh mein Gott. Wenn der Hauptwasserseil verloren geht, musst du ihn bloß in den Hilfschein berühren, um ihn an deine Seite zurückzuholen. Dann ist kein Bündnis mit anderen, weil er seinen eingehen soll, solange der Hauptwasserseil verloren ist. No, Jörg, was hast du getan? Why did you leave me? Ach, ist da schon wieder einer. Und da waren wir nur noch... Da waren wir nur noch drei. Bei Jörgs, ich dachte, er geht eine Runde baden. Nice, Jörg. So, Lola. Du wolltest mich führen. Ey, wie fühlst du mich noch an so einem... Oh no. Oh, das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt wohl... Das ist wohl jetzt quasi worst case Szenario, ne? Wir haben... Relativ. Tank. So. Ach, da sind noch andere. Nice one. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Lass mich mal... Lass mich mal aufrütteln, Carsten. Dann geht's mir gleich wieder besser. So, zack. Dann Carsten binne Donner-Mine auf dem Boy. Und dann Carsten war noch ein Eisbocken. Hä? Hallo? Nice. Einmal auf den Rand. Aua! Ähm... So. Weg mit ihm. Ihm. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Zack. Donner-Mine. Okay, ich darf nicht zu viel. Ach, shit. Oh. Gib mir mal gerade ja. Perfekt. Dankeschön. Äh, beleben wir mal gerade einmal Lola wieder. Steh wieder auf. Gib nicht geschlafen. Mal den da. So. Einmal die Mine. Ja, komm. Ja, ja, ja. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ja. Tschüss. Tschüssi, Kowski. Mein Digga. Kann ich denn irgendwas kombinieren? Ich gebe das mal der Luna. Äh. Mal Luna geben. Ich denke, das sollte gehen. So. Ja.